hallo hier ist die petra von stempel dich bunt ja und ich habe dir heute mal wieder eine kleine verpackungsidee mitgebracht und zwar ist es ein winterliches design hier sind vorne pinguine drauf das ist so eine einfache box die ist oben mit einer von diesen mini buchklammern verschlossen dann macht man das einfach auf und da drin ist so eine packung taschentücher die zeige ich dir jetzt noch mal die fand ich nämlich so niedlich die habe ich bei rossmann entdeckt genau gut dass es drauf steht sonst hätte ich schon wieder nicht gewusst ob es dm oder rossmann war aber es war bei rossmann und ja ich fand die so schön diese winter edition mit denen mit den pinguinen und ich habe da so ein sechser pack von gekauft und ja das hat sich mal wieder total perfekt gefügt denn für jede dieser schachteln brauchst du genau einen halben dinar vier bogen und das heißt es sind immer genau mit einem bogen kannst du genau beide packungen verpacken ja und ich habe das eben dann hier auch wie du das von mir kennst dann auch farblich wieder angepasst also hier diesen niedlichen pinguinen mit den luftballons der hat dann eben auch eine verpackung in pink bekommen und man sieht der hat hier auch vorne drauf hat er auch den schal dann in pink ich habe da die die andere verpackung die in pink habe ich schon fertig gemacht da habe ich dann den schal in minz makrone genommen eigentlich wollte ich nämlich dann so die dritte farbe noch mit reinnehmen naja das kann man ja machen wie man das möchte ob das einem ein bisschen bunter besser gefällt oder ein bisschen ton in ton und der die verpackung in minz makrone ja die ist halt für den pinguin mit dem schirm das fand ich ganz schön und die letzte die wir dann jetzt auch noch zusammen machen die ist in baby blau für den kameraden hier der so lustig die arme in die höhe reckt und offenbar vielleicht ein bisschen tanzt okay und es geht dann auch im prinzip total einfach du brauchst einen halben bogen farbkarton also im maß 14,85 x 21 der wird jetzt erst mal bestempelt maria hat ja auch einen lustigen kleinen koala bären auf meinen auf meinen blog gemalt aber das ist ja egal zum unterlegen und ich habe natürlich das stempel set playful pinguins dafür genommen ist ja klar und zwar diesen pinguin der so witzig zur seite guckt und in den hintergrund kommen aber ein paar schneeflocken und die kommen aus dem produktpaket winterzweige da habe ich auch die stanzform gleich noch genommen genau der spruch den ich gestempelt habe der kommt dann auch wieder aus dem pinguin set you're so cool habe ich genommen damit ich halt nur die beiden stempel sets brauche da gucke ich ja meistens dass ich damit auskomme so und dann stempel ich erst einmal die schneeflocken und zwar habe ich die stempel farbe schiefergrau benutzt für alle für alle drei farbkarton farben also flamingo rot und minz makrone und das baby blau das hat mir da am besten gefallen und jetzt geht das erst einmal kreuz und quer über den kompletten farbkarton so anschließend wird der karton gefalzt und zwar wird er mit der langen seite angelegt und gefalzt bei drei zentimetern das nächste mal bei neun zentimetern bei zwölf und bei 18 zentimetern dann lege ich ihn mit der kurzen seite an und falze einmal bei anderthalb zentimeter und bei zwölfeinhalb dann knicke ich einmal die falls linien alle nach und dann schneide ich den karton zu und du siehst die klebelasche die ist ja auch drei zentimeter breit hätte natürlich den karton noch ein bisschen kürzen können aber das wäre halt einen schnitt mehr gewesen und am ende ist es egal das kommt halt mit der breite von den 21 zentimetern gut aus also mit den zwei zentimetern die ich da abschneiden könnte mache ich sowieso nichts mehr von daher habe ich mir einfach den schnitt gespart so und dann schneide ich an einer seite die klebelasche zurecht und ansonsten schneide ich alle falls linien bis zur ersten kreuzung einfach gerade ein hier muss man gar nicht mehr machen und der schmale streifen das wird dann hinterher der boden und der etwas breitere streifen das wird der deckel und damit sich hinterher die diese beiden der breiteren abschnitte ein bisschen in die wölbung legen ziehe ich das jetzt so über die tischkante das heißt mit dem stempelabdruck nach unten und dann ziehe ich hier dieses teil einmal so ein bisschen über die tischkante damit das eben die wölbung bekommt so sieht das dann aus da habe ich dann eben schon so diesen schwung nach außen so und jetzt kann ich das zusammen kleben ich mache das ja gerne mit dem tombo du kannst aber natürlich auch doppelseitiges klebeband nehmen so und die unterseite klebe ich dann zusammen und du siehst der farbkarton also der trifft sich in der mitte beziehungsweise ich habe meistens noch so einen kleinen spalt dann gehabt das heißt der boden der schließt halt nur so gerade eben ich fand das jetzt bei der verpackung auch nicht so schlimm ich muss jetzt nur beim kleben darauf achten dass ich halt den kleber hier nur an den vier punkten auf bringe so dass in der mitte dann eben kein kleber ist damit da dann nichts rauskommt dann halte ich es so zusammen und gehe noch mal mit dem falzbein rein die taschentücher sind ja super leicht das heißt das ist nicht schlimm dass da der boden jetzt ja führt da jetzt keine parfumflasche zum beispiel rein tun da hätte ich dann schon angst dass sie unten wieder rauskommt aber das hat mich jetzt eben bei den taschentüchern nicht so gestört dass das dann nicht so super stabil ist und ich wollte einfach ja das papier maß ausnutzen so bin ich nämlich genau mit dem halben bogen ausgekommen und da halt noch ein zentimeter mehr zu brauchen das ist dann immer so ungünstig das wollte ich nicht und dann kann man das oben so zusammenfassen mit der klammer verschließen ich habe dafür diese mini buchklammern genommen die kommen ja in weiß und in silber für die dekoration brauchen wir noch einen streifen farbkarton in flüsterweiß der ist so sechs bis sieben zentimeter breit so dass eben der pinguin gut drauf passt den habe ich bestempelt in anthrazit grau und schal und nütze bei dem habe ich in blut orange gestempelt bei meiner muster box die farbe kommt auch in der tempo packung vor der taschentücher packung sind ja keine tempos aber jetzt habe ich mir gerade überlegt dass ich das mal in babyblau mache passend zur farbe des farbkartons dann wird das eine ton in ton verpackung und dann gucke ich mal was mir besser gefällt das ganze stand sich dann mit einem oval aus dem stanzformen set mit der stickkante aus das ist das zweitgrößte oval da passt der pinguin ganz genau rein und dann habe ich mir noch aus farbkarton in blaubeere noch ein normales glattes oval ausgestanzt und ein wellen oval was eben auch ein bisschen größer ist und als mattung dann genau passt mit den stanzformen also mit den formen mit der wellenkante so dass die eben gut aufeinander passen und aus den beiden stand sich jetzt aber erst mal jeweils noch zwei schneeflocken die kommen aus den stanzformen die hier zu dem produktpaket winterzweige gehören das habe ich dir eben schon gezeigt und da sind eben bei den stanzformen ist so dieser rahmen mit dabei und die zwei gehalt das passt zum designer papier und eben auch die beiden schneeflocken und die stand sich jetzt einmal hier aus der mitte mit des ovals und auch des wellenowals jeweils aus so das geht nämlich hier mit dem papier prima auf das sieht man hinterher überhaupt nicht dass da schon was rausgestanzt wurde und jetzt klebe ich einmal die oberste lage auf den farbkarton da muss ich also in blaubeere da muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen das kann ich jetzt nicht auf meine unterlage legen da gucke ich dass das hier mit sich drauf ist dreht es dann vorsichtig um und drückt das halt hier bisschen außen von den schneeflocken nur fest denn da guckt natürlich jetzt der kleber oder kommt der kleber durch 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 die lücke und dann kommt das mit ein paar dimensionals auf die nächste lage und damit sind dann die ausgestanzten schneeflocken verdeckt und man spart einfach ein kleines bisschen papier so da kommen dann noch mal ein paar dimensionals drauf und der pinguin kommt vorne auf die schachtel so die schneeflocken die habe ich dann so drum herum geklebt ich habe einfach immer einen tropfen tombo in die mitte gemacht und damit habe ich die fixiert die eine schneeflocken aus dem glitzer papier die habe ich hier unten in die ecke geklebt den spruch den habe ich jetzt schon vorbereitet die so cool gestempelt in blaubeere und dann mit der hand stanze klassisches etikett einmal ausgestanzt und den klebe ich mit drei von den mini dimensionals auf und damit habe ich dann auch gleichzeitig hier unten noch die kleine schneeflocke festgehalten die habe ich da so ziemlich weit unten platziert den spruch so ein bisschen schräg und ja das hat eigentlich immer gut geklappt dass da die schneeflocken dann gleichzeitig festgeklebt war wenn das jetzt nicht klappt wenn man wenn der dimension irgendwie so sitzt dass das nicht hält dann kannst du dann noch einen blue dort hinter machen und dann habe ich hier oben die große blaue schneeflocke dann oben rechts in die ecke gemacht und die weiße dann noch hier auf die auf die klappe und die blaue oben die hat dann auch noch ein glitzer steinchen bekommen so und damit das ganze noch richtig weihnachtlich wird ich weiß gar nicht ob du das jetzt eben gesehen hast habe ich hier unter den pinguinen noch ein bisschen so jetzt kann man es glaube ich sehen von dem stampen glitter eis und auch unter dieses you're so cool die haben also beide noch so eine schnee unterlage bekommen ich habe mich bemüht das auch auf dem foto fest zu halten das ist aber gar nicht so leicht ich glaube ich bringe es jetzt hier auch gerade nicht zum glitzern also das sieht in echt wirklich ganz schön glitzerig und ebenso eisig aus aber ich kriege es gerade nicht gedreht dass man es gut sehen kann dafür habe ich auf jeden fall einfach noch ein kleines bisschen tombo aufgetragen hier der pinguine steht so richtig in so einem schneeberg da kommt tombo zwischen die füße unten auf den boden und hier an den seiten noch so ein bisschen rauf und dann noch ein kleines bisschen unter die schrift you're so cool und dann natürlich wichtig immer bei so glitzer pulver was drunter legen damit man es wieder auffangen kann und dann habe ich das einfach drüber gestreut den überschuss abgeklopft der fällt da nämlich dann überall raus ja und das schöne wenn man das in der reihenfolge macht ist jetzt kann ich zur seite legen es kann in ruhe trocknen und ich bin aber fertig mit der box ich muss nicht erst die ja die teile den aufleger und das spruch ding vorbereiten abwarten dass es trocknet sondern macht das halt als allerletztes und damit kann ich das jetzt ganz beruhigt zur seite legen und die box ist praktisch fertig und ja das war dann auch diese kleine verpackungsidee für ein päckchen taschentücher hier noch mal die anderen farbvarianten ich hoffe dir gefällt die idee ich wünsche dir ganz viel spaß damit und freue mich sehr wenn wir uns im nächsten video wieder sehen bis dahin tschüss bis dahin tschüss